Hi Leute, da sind wir wieder bei, na wie heißt das Spiel doch gleich nochmal, Saints Row 4. Nachdem wir ja in der letzten Folge erfolgreich die alte Domina geköpft haben, wollen wir mal gucken, was wir heute so reißen können. Ich glaube, wir machen heute mal die Hauptmission weiter. Was halten Sie davon her, Penis? Ich hau Dir gerade meinen Penis um die Ohren und dann sage ich, was davon halten. Könnten Sie das bitte sein lassen? Warum? Ich mache eine Frau und das macht man nicht. Achso, Moritz. Oh, die Bullen, komm, ich hau mal ab hier. Ja, natürlich. Jetzt lässt du mich zurück, obwohl du mich verprügelt hast. Das ist die Höhe. Oh, die Oma tanzt sie mir. Ja, hole mit Miller zurück, sprich mit Kinsey, wahrscheinlich auf dem Schiff auch noch. Das wäre ja lustig. Man könnte gerade meinen, wir waren da gerade erst. Ich springe. Ist das tatsächlich? Ach, Herr CC-Joker. Dabei wollte ich doch einfach nur runter vom Schiff und jetzt müssen wir sofort wieder drauf. Mann, Mann, Mann. Aber dieser Effekt ist doch einfach so geil. Ihr wollt das doch alle sehen, ne? Ihr wollt es doch sehen. Ich kann übrigens meinen Reißverschluss bis unten in den Schritt öffnen. Ich geh, ich hau ab. Wieso? Bleib doch stehen. Komm her. Nee, nee. Ich möchte jetzt. Nee, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Erstmal muss ich mit Kinsey flirten. Er wird nicht geflirtet. Oh, Mann. Lass sie in Ruhe. Nimm mich. Lass sie in Ruhe. Kannst du mit ihr eigentlich auch? Ich kann gleichzeitig mit ihr. Und auch als Frau. Na gut. Weil ihr es seid. Hey, Kinsey, you wanna fuck? Hey, Kinsey, you wanna fuck? Und dann ballert sie mir eins ins Gesicht. Voll gut. Die ließ krass drauf, die Brot. Auftrag beginnt. Ah, Jackon ist beschäftigt. Nein, nein, bin ich nicht. Kannst du drücken. Drücke mal das Knöppchen. Womit warst du denn beschäftigt? Äh, meinen Anzug wieder anzuziehen. Okay. Was ist das denn schönes? Geil. Transformer. Oh. Du bist schön. Danke. Ich war mit dem Robot. Du bist so schön für mich. Ein Robot ist ein Automat. Wir haben Power. Nicht zuerst das Kuss. Yeah, Mag Warrior. Zerstörung. Zerstörungsmodus? Ein. Damm. Bist du meine Powerarmor? Bist du so starkes Wort. Oh, ein Stampfer. Oh, man kann doch mal ein bisschen fliegen. Was? Komm ich denn wieder runter? Ja, komm ich denn wieder runter. Ach, mit Steuerung bei mir. Mit Steuerung passiert bei mir gar nichts. Wie schieße ich denn? Gar nicht scheinbar. Einfach alles kaputt machen. Mit Steuerung kann ich bleiben. Was? Mit Steuerung kann ich bleiben. Nee, mit Schiff kann ich bleiben. Mach mir die Tür auf. Oh. Ich schalte recht. Ich komme mir... Ah. Ja, ich komme mit der Schiff hier. So, wo müssen wir nicht hin? Ich weiß nicht. Ich muss nach oben scheinbar. Tschüss. Äh. Wie komme ich denn höher? Ja, wir machen mal nach oben, ne? So, jetzt muss ich erstmal wieder landen. Und mal ein Jetpack aufladen. Jeho. Und ab, ab in der Welt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das war knapp. Öffnen. Äh, Schulterstoß. Aus dem Bild. Töte dich. Ich werde auf sie drauf stampfen. Komm nicht runter. Ich komme. Komm. Hey, du stehst im Weg. Ja. Alter. Randalisch. Schulterstoß. Yeah. Aus dem Weg. Er schießt ja auch nicht. Alter, ihr Schweine. Uh. Wie kommen denn hier noch? Schulterstoß. Oh, ein Terminator. Können wir mal helfen? Mach ich doch. Wie bist du denn? Terminatortuch machen. Wenn du nicht so vorlaufen würdest, dann könnte ich dir auch besser helfen. Checkpoint, Arreist. Ich glaube, da dürfen wir nicht gehen. Meinst du? Ja. Hab da so'n Gefühl. Könntest du recht haben. Ja. Weiter. Na, sind noch gut aus. Sieht so, dass einer der Pods ist. Hast du eine Chance, dass jemand mit ihm rauskommt? Keine Idee. Aus dem Weg. Ja. Hey. Äh. Du nimmst mir den ganzen Spaß. Wir mickrigen Kreaturen. Ich glaube, ich hab Matt gefunden. Wo denn? Da unten in der Ecke. Der lacht jetzt. Zieh dir was an, du. Das ist mir grad nicht kalt ist. Und dann kommen wir mal ganz schnell, ne? Ja, du läufst es aber. Guck mal, der kleine ist schneller als die Große. Das ist echt bitter. Können wir noch ein paar Schulterstöße machen. Ja, aber die dauern dann noch mal zu lange wieder in Fahrzeug kommen. Ich hab aus Versehen, der kleine Mann auf den Fuß getreten. Gibt's ja nicht lang, oder was? Wo seid ihr denn? Hinter dir. Verteidige Metro. Oh, das war nicht so sinnvoll aus. Ich bin gleich tot. Der wer nervt mich hier. Ruhe. Ehe. Da war so einer. Das war ja wohl mal nix. Hier hätten sie noch welche. Ja, ich komm ja schon. Hier kommen alle raus. Komm raus, ihr Schweine. Können wir nicht mal drum. Ich hab wohl hier kein Leben mehr. Ich glaub, wir sind gleich hinüber. So, ein Halb. Alter, ja, machen wir ja schon. Geh mal über Energie her. Nö. Das ist schlecht, weil ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Aber Matt auch. Oh, soll mal den Bereich. Wir haben's. Wir haben's. Nee, wer schießt ja auf mich. Ja, hier in der Ecke. Ich weiß noch nicht. Könntest du mal? Nein. Mach jetzt. Ich komm hier nicht rein. Schlag. Der geht nicht. Geh mal weg da. Aus dem Schussbereich raus. Muss er ja rauskommen. Hier, um es sich. Da hinten ist doch Energie, oder nicht? Hinter dir. Energie. Ach, Mensch. Geschafft. Bleib bei uns, Olli. Nein. Ach, du Scheiße. Das ist doch schon ein bisschen einfacher. Ist besser, ne? Ist aber ein bisschen was los hier. Ja, ich komm mal. Ist mal ein bisschen Energie. Ich will mal ein paar Leile. Eine fettere Waffe haben wir irgendwie nicht, ne? Was? Eine fette Waffe haben wir irgendwie nicht. Nur diesen Phaser. Ich geh mal rechts, dann mach du mal links Platz. Mach ich doch, mach ich doch. Ja, ich hab's auch nicht wirklich gespielt. Oh Mann. Ist aber gut. Er rennt auch wieder genau da rein, wo alle Gegner sind, ne? Headshot. Alles explodiert. Komm mal raus, da, du Wicht. Ey. Oh, warum schießt du auf mich? Ich schieb gar nicht auf dich. Also. Dann. Oh, rechts. Oh, rechts. Also eine geile Bombe wird was für ein Schlieke. Wäre gut, ne? Oh, hinter uns. Ja, aber auch schon Platz. Guck mal, wir jetzt zum Matt rüber. Ich nehme mal eine erhöhte Aufsichtskursion ein. Ich mach das schon für dich, ja. Das ist kein Problem. Oh, ist da noch einer. Was erzählst du denn? Ich schieb doch die ganze Zeit ja jetzt ab. Du, kleiner Wichter hinten. Du tust doch von da gar nicht. Verteidige Matt, ich dachte, Matt macht dir was Sinnvolles. Der liegt ja um und heult. Zerstören doch die Schiffe hier. Wo ist es? Ja. Das war. Weiß Gitar hier. Ich hänge fest. Na, hier kommen gerade eine Menge Schiffe. Ich komme. Erledigt. Und jede Menge Klangkram. Von links und von rechts. Wir haben noch keine Chance. Ich tue das so. Auf sicheren Entfernung. Die, 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 die. Das ist schon sehr anspruchsvoll, ja. Das Ganze gerade. Ja, ja. Also, irgendwer macht die gerade bei mir, bei den Nachbarn Randale. Oh, ich habe keine Waffen mehr. Mein Boden vibriert und irgendwie... Ich bin hier. Geh zu mir. Nächste Zeit, Wolfgang. Was ist Grünel? Du hörst mir gar nicht zu. Nein, das ist richtig. Was hast du erzählt? Ich habe gesagt, dass hier meine Nachbarn gerade Randale machen. Warum? Weil mein ganzer Boden vibriert. Geh zu. Nee. Die hämmern hier, die Bekloppten. Hör mal, wer da hämmernt. Ja. Was sind das jetzt hier? Ich muss schießen. Ich muss schießen. Dann müssen wir beide schießen. Und wie wir sehen, treffen wir nichts. Oh, sie sind alle tot. Naja. Ganz schön, äh, schwammig die Stellung. Ja, das ist halt so ein Weltraumflug. Ach so. Ist nicht mehr 1080p, richtig? Entschuldigen Sie bitte, äh, Herr Astronaut. Oh nie. Noch nie im Weltraum leben? Nee. Hast du aber verpasst. Ja. Wo warst du denn? Mars, Venus, Merkur. Überall. Und was schäme? Schäme gerade leicht. Ich auch. Ist das aber was, was wir zerstören müssen, oder ist das ein Partner? Schäme hier von uns. Irgendwie passiert ja nichts. Greift uns auch nicht an. Oh, gehst du doch. Äh, verstehe ich nicht. Schieß da noch weiter drauf. Gut, dass ich die Schiffe immer selber kaputt fliege. Und dass man gar nicht schießen muss. Ja, ja, ist ja gut. Ich komme aus dem Nichts. Hey, remember that big ship, you were asking about? Also, ich kann dieses eine Schiff ja treffen. Ja, aber das ist, glaube ich, irgendwas von uns. Vielleicht bist du das zweite Schiff und jeder hat sein eigenes Schiff? Wahrscheinlich. Also, wenn du mal links rüber, rechts rüber guckst, links rüber, nach dem, willst du mich sehen, oder? Ja, stimmt. Hm. Okay, get ready. Shoot the panel on the left. Shit. What's to do with Gindy? I need the light. I need the light. Schalt voll, schalt voll. Oh, I need the light. Ander Schalt voll. Ja, bitte. Oh, yeah. That's it. Da war der Ton schon früher weg. Halt das Bild. Halt das Bild. Da war der Ton. Wissen mich gar nicht, mein bester Freund. Donnie ist das nämlich. Ja, ja. Verleugnis, nur Verleugnis. Boah. Ja, Matt Miller. Alter, was war das denn? Drück doch mal schneller da. Ich wollte Matt Miller begutachten. Oh, Gateway. Ich erfriere gerade. Loyalisten-Aufträge. So, ich gucke mal, was ich jetzt eigentlich so an Upgrades ausgeben kann. Das ist eine gute Idee. Da gucke ich doch gleich mal mit und drücke schon wieder die falsche Taste. Gesundheit, ja, Gesundheit 2 nehmen wir natürlich. Ich will jetzt endlich den Stampfer. Gibt es den immer noch nicht? Dann gibt es Gesundheit 3 nicht. Ich habe irgendwie schon alles. Ja, Gesundheit. Oh, wir haben ja gar nicht viele. Also, ich zumindest nicht. Ich habe jetzt noch 8 Minuten. Ich stärke erst mal meine Gesundheit und dann mal gucken. Na, Kampf, Superstärke. Oh, der Schänder. Ach, ja, Schaden. Was ist das denn jetzt? Verringerung. Feuer, Sprengwaffen. Wie viel Geld habe ich denn? Ach da. Ach, alles kaufen. Warum kann ich mein Bild und ich verbessern? Weil der schon groß genug ist. Oh, den Schänder, den Kauf. Ja, für den Schänder habe ich schon. Ausdauer. Oh, Mann. Jetzt geht es wieder los. Boni. Überweisungswahlverfähigkeit. Ich muss mal kurz mir mehr Geld holen von der Bank. Wie viel haben wir denn da Schönes? Ja, Geld erhöhen. Ah, Judas. Oder 5% erhöht. Können wir nämlich Ausdauer nochmal erhöhen. Das ist wichtig. Oh, Bosen geht. Bekanntheit, schnellere Sinken. Das nehmen wir auch noch. Oh, Bosen geht mal. Nicht? So. Du hast nicht genug Geld. Toll. Reste habe ich jetzt erstmal. Mal ganz kurz bei den Kräften vorbeischauen. Ja. Schau doch mal kurz vorbei. Bleiteneffizienz 3. Das ist gut. Was war denn jetzt der Stampfer? Keine Ahnung. Habe ich noch nicht. Ich meine eigentlich, das gab es irgendwie mal. Anja Reflexe. Da konnte man schön dann aus der Luft. Supersprint. Supersprint. Ja, gut. Nehme. Solltest man deine Ausdauer erhöhen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Was ist die Ausdauer? Unter Fähigkeiten, unter Upgrades. Nicht unter Fähigkeiten, sondern unter, beziehungsweise nicht unter Kräfte, sondern unter Upgrades. Ne, Upgrades oder was das heißt. Das ist das, was Geld kostet und nicht diese komischen. Ja, aber da gibt es auch ganz viele Unterfähigkeiten. Ja, Fähigkeiten und dann steht doch da irgendwie Ausdauer oder so. Ausdauer erhöhen. Ja. Siehst du, so einfach ist das. Egal. Ausdauer erhöhen 2. Du müsstest mal kurz durch. Ich rede, hallo. Was denn? Ich rede jetzt mit Matt Miller. Ich kann doch mit Matt Miller flirten. Ich mache jetzt mit einem Mann rum. Aber ich bin eine Frau, ich darf das. Matt, wir dürfen das natürlich auch. Nicht, dass wieder hier was losgeht. Wo gehst du? Ich will auch mal. Warum kann ich eigentlich mit dir nicht rummachen? Matt Miller flirten. Hm, ja. Du machst jetzt auch mit ihm rum? Ja, schön. Ach du geiler Shit. Sah gut aus. Ja, geht schon, ne? Hat es dich berührt? Meine Schminke ist verlaufen. Das ist das größte Problem dabei. Wieso das denn? Hast du geweint oder hast du was anderes ins Gesicht bekommen? Beides. Also das war echt äh... Erst was ins Gesicht bekommen und dann Gewalt. Versteht das schon. Ja, ein ertragreicher Moment. Das soll wohl brennen, habe ich gehört. So, machen wir jetzt zurück. Ja, unbedingt, damit wir gleich wieder hoch können. Wir können mal eigentlich wieder so eine kleine, wie heißt das auch gleich, Herausforderung machen. Findest du nicht? Auftrag beginnen, können wir noch was anderes machen? Auftrag beginnen, was dann beginnen wir denn jetzt? Keine Ahnung, ich kann hier nur Auftrag beginnen machen und ich kann nicht wieder zurück irgendwie. Dann müssen wir wohl den Auftrag beginnen. Ja, dann beginnen wir mal den Auftrag. Beginn mal. Beginn mal. Ja. Dann holen wir jetzt wohl Johnny zurück. Gut möglich. Das wird also eine Folge mit Überlänge und zwar insgesamt 50 Minuten. Oh, oh. Zinjak, Zinjak, Zinjak. Oh, das war der Fallscher. Ach, früsen musste man die, ne? Ja, 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 ja. Oh. Der hat mich gerade ein bisschen gefühlt. Oh, das war nochmal fließen. Das war das hier gewesen. Ja, du bist lustig. Hey, ich habe ihn noch getroffen. Ist ja wohl die Höhe. Komm schon. Aber um geht das gerade nicht. Oh, das braucht Ewigkeiten. So, jetzt. Drauf. Das dauert ja alles Ewigkeiten. Willst du nicht vielleicht einen anderen Modus nehmen und den immer draufkloppen, wenn ich ihn gefreased habe? Welche anderen Modus? Die mit Feuer oder sowas, Explosionen. Ich glaube, ich habe den Scheiß gar nicht gekauft. Rauf, 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 rauf. Du bist nicht, ich bin tot. Also, halt so gut. Oh, du Horst. Gleich bin ich wirklich tot. Du läufst mir genau vor mein Eisblast. Aber ich habe das Gift drin. Also, freeze. Da, hopp. Wo ist er denn? Er macht gerade nicht. Oh, jetzt. Do it. Gift? Was ist denn Gift? Was ist denn Gift? Oh, das Gift. Wo sie sind zwingend, zwingend Eis sein. Oh, das ist ein Scheuer. Hau drauf. Geht nicht, ich bin bereit. Er sagt, dass er vorher. Wir müssen uns ja ein bisschen besser absprechen. Jetzt ist meiner bereit. Ja, warte. Meiner auch. Komm mal runter, du kleines Flittchen. Dann soll ich mal runterkommen. Was ist denn? Das steht doch da oben. Da triffst du sonst nicht. Na bitte. Wahnsinn. Vielleicht wieder ein paar Knüppel. Geht der nicht übel, bockt den jetzt gleich mit meiner Bildung. Jetzt hopp, 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 hopp. Da hast du es. Oh, toll. Jetzt hat er mich getroffen. Lutscher. Uh, da war er weg. Gleich ist es wieder soweit. Hui. Bereit. Hui. Jetzt. Auf die Plätze. Oh, wo ist er hin? Jetzt. Komm schon, du Lutscher. Jawohl. Was hast du? Jo. Was muss ich denn nochmal machen? W und S und A und D. W, 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 W. Es ist es, es ist es. Es ist es, es ist es. Er schafft es nicht. Doch. Doch, na klar. Er hat ihn von innen zerfetzt. ich fühle mich richtig gut gerade sie ist auch viel stärker stamm war steigbar ja immer mal direkt und dann muss man echt drücken ja man muss dabei gut drücken wird doch scheiße man muss gleiche luft sein dafür okay ich habe das auch auf meiner maus damit alles ich nicht ich habe ja nur eine maus mit einer tast also weg es geht ganz gut gut, sieht aus wie es funktioniert. Ich sende dich zurück. Ja, tschüss. Nicht so laut hier. Da steht grad speichern, dann stürzt er gleich ab. Geht's? Geht alles, läuft. Scheint jetzt wieder zu funktionieren. So. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Hier, Fight Club starten. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell, oder? Das machen wir noch schnell. Sieben Minuten. Nein, drei. Wir bauen ja nur Gold. Bronze brauchen wir ja nicht. Wir brauchen nur Gold. Oh. Yeah. Fight Club. Oh, nur Kloppen? Jo. Aber wenn wir jetzt den Stampfer haben, oder haben wir das auch nicht? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt? Und, das muss reichen. Äh. Kämpfen wir gegen Nightblade? Blank, oder was? Sieht so aus. Oh, Mann. Also, ich hab nur ne Faust. Und, äh, Fähigkeiten. Und Stampfer. Oh, geht schon tot. Oh. Das läuft ja richtig gut hier gerade. Wo ist hier noch wer? Das ist hier noch kein. Wär doch alle angezeigt, Mensch. Das dauert immer zu lange. Krawumski, Krawumski. So, wo bist du? Wo bist du? Was bringt mir denn diese, diese... Fight Club. Ja. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Haben wir hier nicht diesen... Ups. Ah ja, kommst du da runter? Läuft nicht so richtig. Was ist mit diesen Bällen? Und wie komisch. Wow. Haben wir auch noch andere... Ah. Aber ich hab auch gedacht, dass wir vielleicht Telekineser haben, aber ist nicht. Oh, ich bin so gut wie tot. Doch, Telekineser haben wir. Hä, ja. Und ich hab... Telekineser, Telekineser liegt aber auf F2, ne? Ach so. Ja, haben wir. Scheiße, Mann, ich brauche Energie. Ich werde sterben. Vorhin brauchen wir viel zu lange. Kommt doch her, ihr Lucha. So. Hä? Hallo. Was denn? Nichts wegen dir. Uh, und weg mit dir. Die schöne Kine ist ganz lustig. Ja, aber ich brauch trotzdem Energie. Lass mir das. Ich bin da nicht reingelaufen. Ich hab nur den Sog gekauft. Ach so. Dann ist auch was. Wir sind viel zu langsam. Viel zu langsam. Ja, ein bisschen, ne? Welcome to the arena. Nightblade. Also eigentlich hätte ich gerne jetzt mal sowas wie eine... Stampfer, ne? Waffe. Nimm dies, Miststück. Komm. Komm runter da. Und dies. Wie lange... Alter, wie halten die... Wie halten die aus? Die Missviecher. Ey, du Viech. Alter. Die Dreckige. Find ich nicht lustig. Alter, ich hau den ab mir tot. Geht schon wieder nicht. Oder was? Oh! Nimm das. Erholen. Nightblade, die Drecksaal. Oh, oh, oh. Das war nicht so schlau. Ich bin tot. Wo wirst du denn? Ich lieg genau neben Nightblade. Ja, toll. Ja. Das ist ein obergeiler Typ. Danke. Komm hoch. Ich springe. Aua. Bam. Ey, du Fatze. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das sollte nicht so ausrutschen. Oh, der tot. Exeggert. Genau, wir machen ihn richtig platt. Das ist dreckig hier. Ja, und drauf. Super Alvo. Das war aber nur Silber, oder? Silber gar nicht so schlecht. Ja, ich habe auch gedacht, es wird schlechter. Ja, mit noch ein bisschen mehr Taktikgeschichte. Da läuft das. Ja, ja, ja. Oh, aber war nicht, war nicht schlecht. Wir hätten es beinahe. Waren echt knapp dabei. Ach, dieser Geschmack nach dem kurzen Husten, das ist immer schön. Es schmeckt so richtig grün. Ja, lecker. Obwohl eigentlich... Ja, ich bin doch schon da. Ja, ja. Ist doch schön. Haben wir das auch gemacht? Ja. Ich würde sagen... Meine Oma ist da. Meine Oma ist da. Ich muss jetzt mit mir mitgehen. Meine Oma ist aus. Was von der als Kreisel genommen. Lass ihn ruf. Nicht. Du hast meine Oma zerfetzt. Ja. Aber ich würde dennoch sagen, um deine Stimme nicht zu schonen, machen wir jetzt mal Schluss, oder? Das finde ich hervorragend, Herr C.C. Oh, ich muss jetzt wegchen. Würde ich sagen, ich laufe hier nochmal ein paar Autos durch und verabscheue ich dir. Verabschiede mich schon mal. Ihr verabscheut alle. Macht's gut. Ciao, ciao.